ja willkommen ist es soweit spotterspielen event bei und ewe live event 2024 diesmal wer letztes vor zwei jahren tatsächlich nicht dabei war oder die videos nicht geguckt hat wir haben es mal wieder geschafft uns alle zu treffen also zumindest die meisten und machen hier eine woche lang ein paar lustige formate und schon mal sagen damit die anderen mal wieder noch wieder erinnert an die und du kennenlernen weil sie noch nicht kennt dann suchen wir die jetzt aber mal gucken mal wo die hier stecken ich muss kurz die kamera umschalten ich bin fabio ich habe eine dicke melone so ok ja warte endlich seid ihr da ich bin der las und hier wird realwirtschaft betrieben hier kommt das große geld guckt euch an neu gekauft haus hier hier kommt jacuzzi hin hier kommt die sauna rein riesen geiler ausblick hier wird das große geld gemacht ich bin mein charakter und hier fliegt das große geld ja ich wusste nämlich nicht was die jungs vor der tisch machen sehr klar ich bin auch beim real-life-event und ich trinke spezi ja warum denn ich bin der abstand der beste dieser gruppe ja ja das war ein tolles intro was alles so kommt also wir haben diesmal mit dem natürlich was geplant für euch klar pen & paper wir machen wieder ein paar lokale games wir machen react live ja reinfolge in der ich hochlade es nicht in dem jetzt aufnehmen kommt auch random aber es wird diesmal auf jeden fall schneller kommen als letztes mal das war ja eine der probleme dass ich nicht rechtzeitig gekallt bekommen habe weil wir haben besseres equipment wie man vielleicht schon merkt ich hoffe dass man es merkt die strichliste ist lang und wird noch länger ja und ich würde sagen viel spaß bei den videos guckt die playlist wenn ihr alle sehen wollt guckt die playlist wenn ihr alle sehen wollt und erwartet keine professionellen megaaufnahmen wie ihr schon seht also viel spaß haben und bis dann an die richtung anime guckt die guckt die Untertitelung. BR 2018